Willkommen bei profischnapp.de Ein ganz besonderes Schnäppchen habe ich heute für Sie und zwar eine Himmola Garnitur Garnitur dreiteilig bestehend aus einem Dreisitzer, einem Zweisitzer und einem Sessel namens 4409 aus der Serie Cumuli Der Dreisitzer ist starr hier sitzen Sie hervorragend drin aber halt aufrecht bei den Zweisitzer haben Sie jeden Sitz motorisch verstellbar und beim Sessel haben Sie die Verstellung manuell in Leder Long Life sehr kleegleich, soft, sehr angenehm Farbe Whisky ein Messestück also genau so wurde die Gruppe auf der Messe ausgestellt Nun, was kann die Garnitur? Ups, hier habe ich schon mal den Sessel ausgefahren Sie haben hier natürlich eine absolute bequeme Relaxposition und wollen gar nicht mehr aufstehen Mit einer Gasdruckfeder wird der Rücken bedient manuell die Fußstütze, indem ich mich hier ein bisschen abdrücke geht kinderleicht top bequem wie ein Gelegsessel Beim Zweisitzer habe ich hier zwei Fernbedienungen die in einer Tasche deponiert sind und hier kann ich getrennt voneinander den Rücken verstellen und ich kann den Sitz verstellen nämlich eigentlich dasselbe Prinzip wie beim Sessel nur halt elektrisch Ich kann nur hier das Fußteil in jeder Position anhalten somit habe ich noch einen Zusatznutzen den der manuelle nicht hat Die Garnitur ist auf der Messe gestanden Wir haben keine Fehler gefunden Beim Fotografieren schauen wir immer alles genau an Wir verkaufen das Stück komplett Ich kann aber auch für Sie den Sessel weglassen zu einem sehr sehr günstigen Preis Trotzdem natürlich ist diese Garnitur nicht billig Cumuli ist eine der ältesten Serien von Himmola Hier haben Sie Top Qualität Hier haben Sie Sitzkomfort durch eine Sitzschale im Rücken Wenn Sie sowas suchen hier ist die Gruppe für Sie Kommen Sie vorbei in Empfingen können Sie live reinsitzen und es ausprobieren oder machen Sie Klick Sie haben bei uns immer 30 Tage Rückgaberecht und somit keine Probleme Mein Tipp für Sie Wenn Sie gut sitzen wollen wirklich gut und auch in eine Relaxposition kommen wollen schnappen Sie mit Cumuli zu Cumuli Dankeschön und Tschüss Ihr Lutz Reinhardt